genau hinzufügen muss ich auch noch fotoapparat videokamera einmal salz starke taschenlampe bewegung audio einmal pillen infrarot knicklicht bereit wow ging das schnell wow ok das ging jetzt mal zügig das spiel merkt wenn ich auf die tube drücke aber fortgeschritten jetzt müssen wir auf co2 gas geben wenn das spiel nicht wieder abschmiert bei ihm heik du bist der schlechteste limbo dancer den ich kenne mann die haben den bug gefixt das ist scheiße wenn man sich hier herangestellt hat dann konntest du mal raus auch gucken out of map wir haben irgendwie kein thermometer wir hatten das sonst immer hinzugefügt ich nicht ich glaube du alt du musst nur ohne spielen normalerweise du alt braucht man so ein sein bild und röcherstäbchen ja thermometer thermometer brauchen wir ja nicht unbedingt müssen uns sowieso mal angewöhnen dass jeder vielleicht mal pro runde immer was anderes sind dass wenn ich immer das gleiche zeug nehmen aber es ist irgendwo auch wieder scheiße weil ja klar bist du da ich komme ich komme vielleicht ist er wieder im keller also garage hinten war ich es bereich war ich und schlafzimmer war ich was hinten ist auch ich bin jetzt nicht mehr das geschoss nein negativ ja 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 hmmm, wo könnte er sich versteckt haben? Kann doch nicht sein, dass du den nicht... Äh, kein Name im Buch. Hat ins Buch geschrieben. Bist du hier? Da fehlt noch eins. Bist du da? Möchtest du Darko töten? Hm. Bist du hier? Bist du da? Willst du CO2 töten? Willst du Darko töten? Willst du mich töten? Hm, Arschloch. Hab das Buch fotografiert? Fällt uns noch ein Hinweis? Wenn ja, welcher? Es fehlt... also Talkbox ist es nicht. Der hat bei mir nicht reagiert. Ich guck grad nach, äh, Orbs. Wird auch nicht mehr so auf Orbs dabei sein können. Das kann Revenant und Shade und Orni sein. Ich guck mal rein, wegen Fingerabdrücke. Weil Orbs hab ich jetzt auch kein gesehen. Ja. Leuchte mal aufs Buch. Wo liegt das? Ach da. Ne, auch nicht. Da müssen wir warten, bis er irgendwas macht. Ich guck mal aufs Buch. Ich hab grad hier drinnen eine Tür gehört. Darko, komm nochmal mit der Lampen rein. Weißt du welche Tür ist? Ne, eine von den beiden auf jeden Fall. Und die Rückseite der Tür? Ne, auch nichts. Ich glaube nicht. Gib uns ein Zeichen. Wo ist denn die Box? Ich hab auch gleich ein Fotoapparat. Den ist ich auch. Was ist denn vermeidet altes Arschloch? Ja, Fingerabdrücke. Wo? Wo? Moment, ich hab sie durch die Lampen gezahlt. Ich hab sie durch die Lampen gezahlt. Ich hab sie durch die Lampen gezahlt. Na, du musst die Lampen nehmen. Ich hab nur das schlechte Licht. Äh, halt. Ist gewertet. Ne? Fehlt noch was? Äh, haben wir? Äh, wir müssen nur noch einmal durch das locken. Das? Und haben wir schon alle drei, ähm, fürs Buch? Ja, das ist ein Revenant. Ah, okay. Loi, man sieht die... Guck mal auf dem Monitor, man sieht die Fingerabdrücke voll von dem. Ja, weil ich gerade, äh, den, den Dings, das UV-Knicklicht darunter droppt hat. Geil. Ähm, Salz, Foto vom Geist und Räucherstäbchen. Salz liegt schon drin, Räucherstäbchen hab ich mit. Okay. Und Foto. Wie viel hast du noch auf deiner Kamera frei? Ich hab noch vier. Ich hab noch drei. Alles neu. Come here. ARD PYDip. Okay. Korin C2, du meintest das Reacher Board bringt auch Geld, wenn wir was fotografieren. Ja, aber nicht viel Geld Ja klar, aber Geld ist Geld, wenn wir es haben Hier irgendwo Na Darko, du kannst doch Schränke öffnen Ja, es spawnt halt nicht auf wiederholen das Bord Ja, deswegen müssen wir ja gucken, ob es vielleicht hier gespawnt ist Garage, nein Keller war ich vorhin, da war es auch nicht Garage 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 Viele Warum Hebe esz gou water ault Hebe dir was für 6 CO2 auf Kannst CO2 Ja Sicher keine Fotos mehr Ja, was machen wir jetzt? Gibt CO2 nochmal in die Kamera, den geht ja gerne rein Der ist die ganze Zeit im Sensor Ja, bleib du mal im Van und beobachte mal Aktivität ist nur Ja Der bleibt Der war die ganze Zeit hier in der Ecke beim Fenster, wo der Handabdruck ist Da war er die ganze Zeit Kannst wieder CO2 Der ist weiß Scheiße Und wir haben kein Foto für seine Leiche Wann mal, hat er uns das selbst jetzt verbraucht? Ja, er hat nämlich den Geist damit fotografiert Ah, und ich muss auch jetzt scheiße Ja, wir können nichts machen, oder? Nee Wir können ihn jetzt nicht fotografieren, das ist scheiße Ja Der zweite hört uns schon darum, tut mir leid Tut uns leid Wir können leider nichts mehr machen Gut, ähm Ich geh davon aus, zählt es leider alles angetragen Warte erstmal bis der Bus ist Ich denke nur, er wird bestimmt gleich was werfen Wenn er was findet Er war ja der Erste, der Revenant gesagt hat Ja Aber wirklich hier, die Kamera, die hat ihn eigentlich richtig gut eingefangen Das ist scheiße, dass das irgendwie Dass zum Beispiel auch so eine Videokamera das wertet Oh, Leiche, wir haben einen Film davon gemacht CO2, wenn du im Van bist, lass mal bitte irgendwas fallen Lass mal bitte irgendwas fallen Ja, okay, dann komm mal Hast du alles eingetragen? Ja, hat er Dann los Dann los Voraem CO2 war auch mit 70% drin Mit 70 Mhh Das mit dem Foto, das tut mir jetzt echt leid.